ein herz erfrischendes kuckoo meine zuschauer und zuschauerinnen ich bin wendig von es geht weiter mit let's play gta 4 the billet of gay tony in der letzten folge haben wir ja für unsere ja für unsere kollegen aus der kindheit einen job gemacht und ich bin jetzt überlegen ob wir jetzt eine mission für unsere mutter machen sollen oder für tony wir machen job für tony da wir den mission strang schon vor dem mission strang von unserer mutter hatten deswegen machen wir das jetzt einfach mal ganz geschwind ich habe wieder jede menge programme im hintergrund laufen bzw jede menge vorgänge deswegen kann es jetzt auch wieder sein dass es ruckelt ja ich habe keinen bock was mit euch zu machen ihr stiehlt mir nur meine kostbare zeit hey mann die haben alle keine driving skills nico konnte viel besser fahren als ihr gut ich will auch gar nicht wissen wo luis seinen führerschein gemacht hat wenn er überhaupt einen gemacht hat was ich ja inzwischen leicht bezweifle ich weiß nicht so hin und wieder springen dann doch auf 30 frames hoch aber gerade eben sind es nur 27 ich hoffe das fällt jetzt nicht allzu stark im video auf beim spielen merke ich es einig einigermaßen bang bang was Oh, here she comes, she's a man eater. Oh, here she comes, watch out boy, she'll chew you up. Oh, here she comes, she's a man eater. What's your problem, man? Where's Tony? Where's Tony? Where's Tony? What's wrong with, hi Evan, you're looking cut. Hi Evan, like a drink? Hi Evan, if I wasn't straight, I'd ravage you right now. Evan, where's Tony? He sent me to him here. Who cares about fucking Tony? The man's a neurotic. He's back on drugs, he's looking old, he refuses to get any work done, and P.S., the man's a wreck. Then break up with him for the last time and fuck off, out of all of our lives, please. Wow, somebody's got his sister's underwear on by mistake. I have you, mew. Evan, look, I always thought that even for a coke, bushing, steroid junkie, you're a particular asshole, okay? I'm just gonna admit that. Now, would you shut the fuck up before I shut you up? Now, where's Tony? He's in the bedroom. Hey Tony, get up. Piss off. Come on, get up, man. Let's go. Piss off, I wanna die. Okay, man, if that's how you want it. Come on. Come on, let's go. Better? Oh, great. Come on, papi. This way. This way. This way. What? Come on. Come on, fuck this. That's not what I'm gonna do. You said we had something to take care of. I ain't having you screw up. Should've let your parole officer put you back in prison all those years ago. You're a degenerate. What about me? You guys can't just leave me here. Yeah, good point. Now, fuck off, Evan. You get in the pills. Be gone before I get back. Oh, fuck. Let's go, papi. Come on, you got it. Let's go. Oh, I'm good. Fucking Adero! Oh, wait, 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 wait. What? I forgot something. Forgot what? The, the, the explosives. Explosives? Explosives? Yo, what's wrong with you, man? You're in a nightclub, not a terror cell. Ow, Rocco's gone nuts. He's gonna burn the clubs down for insurance. He's gonna fucking kill us. Yeah, he's gone crazy, and you're running around with some bombs, okay? What kind of drugs do you want? I hope they're strong. I told him I'd take care of his union problems for him. It's, uh, it's the only way out. Either that, or they kill me. Yeah, I wish you'd talk to me about this first, man, okay? Brewing shit up ain't exactly your side of the business, okay? It's not your forte. What do you care about the business? You got your fucking head in the clouds, huh? You think you're a big shot. You're a nothing, and soon you're gonna be a dead nothing. Yeah, no doubt, boss. Now where you going? Think I got a guy digging up Frankfurt Avenue for Liberty Electric. Okay, what else? The transport workers guy is, uh, driving an out-of-service subway train through North Holland. I meant to take the whole thing out. A subway train? Jesus Christ, please tell me that's it. The head of the LTA is out of France International and his private jet. Hey, you'll probably blow yourself up as soon as you walk out the door. You ain't doing this. I got to. It's the only way you can survive. Get out of my way. I'm sorry. As much as I'd like to right now, I'm not letting you kill yourself. Try and stop me, huh? Okay. Oh! Shit, Tony. You're a little piece of fucking work. You know that? Luis verprügelt einfach jeden, egal ob es sein Job ist. Eh, sein Job. Sein Chef. Ob es eben sein Chef ist oder irgendwer anders. Scheißegal. Er bedient einen Kran in der Nähe. Aha, okay. Welchen Kran soll er denn bitte bedienen? Na ja. Ah ja, doch. Ich sehe ihn schon. Hat sich schon erübrigt. Ich weiß, es war eine dumme Frage. Weil die Antwort einfach zu offensichtlich ist. So. So. Wie er die dranschmettert. Geh auf Abstand. Machen wir doch natürlich. So much explosive. Nee, sieht schon übel aus. Oha. Da ist sogar noch ein brennendes Teil hinterher geflogen gekommen. Was steht denn da für ein geiles Auto? Das nehm ich mir doch gleich mal. Scheißegal, was zugesperrt ist. Einfach Scheibe einschlagen und weiter geht's. Ey, das ist ne geile Karre. Für mich das geilste Auto im ganzen Spiel. Auch noch in einer recht coolen Farbe. In Orange sieht er auch noch recht geil aus. Oder in Blau oder Schwarz. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht. Der gefällt mir. In dem Spiel gibt's noch eine Mission, auf die ich mich schon recht freue. Das ist nicht für dich. Nein. Nein. Was machst du denn? Dreh dich doch um. Super. Hat toll funktioniert. Super. Nächste Mission fehlgeschlagen. Fängt schon wieder an. Ach, ganz ehrlich. Spreng ich mich lieber selbst hoch. Hast du den Zug verpasst? Ja, ach nee. Echt? Hätte ich mich nicht mal selbst hoch sprengen müssen. Oder zumindest bis zur Hälfte. Stimmt, darf ich nochmal alles neu machen? Ne, muss ich nicht mal. Aber ich hab das geile Auto nicht mehr. Ey, das Auto gibt's auch in GTA 5. Fällt mir gerade eben erst auf. Menno, jetzt hatte ich so einen coolen Lamborghini und ich hab's verkackt. Oh, scheiße. Ich hab mich schon voll gefreut, einfach das Auto zu nehmen und von meiner Garage zu stellen. Aber nee. Alter, jetzt nicht schon wieder. Ja, 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 ja. Komm, 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 komm. Jawohl. Oh, da hab ich jetzt aber Glück gehabt. Ja, 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 ja. Hey, wir haben's überlebt. Okay, jetzt muss ich hier erstmal von diesen scheiß Schienen runterkommen. Wow. Echt, hab gesagt, du hast getan, natürlich. Wie soll ich denn hier ein U-turn machen? Ich komm ja hier nicht mal von den scheiß Schienen runter. No, wie geht's hier runter? Okay. Ich hätte jetzt schon gedacht, ich wär jetzt tot. Herr mit der Karre, komm schon. Schaffen wir das noch rechtzeitig? Ja, das wird knapp. Da müssen wir auf jeden Fall Vollstoff geben. 17.55 Uhr hier, Alter. Das ist ja nix. Boah, das ist zu weit, das schaffe ich wieder nicht. Ja, fängt ja schon mal gut an. Erste Folge in der nächsten Aufnahmesession schon mal verkackt. Komm schon, komm schon, komm schon, gib Gas. Da fahr ich ja im Real Life noch schneller. Als der hier in einem Videospiel, ey. Naja, es wird richtig knapp. Jetzt fangen auch wieder die Ruckler an, sehr schön. Oha, Mann. Auch geile Karre mit so einem Motor vorne. Also jede Karre hat einen Motor vorne oder hinten, je nachdem. Na, aber ich mein, mit so einem richtig fetten Teil, weißt du. Ja, so wie die Karre halt aussah. Ihr wisst, was ich mein. Jetzt haben wir auch noch einen Tokio Drift. Die machen ein paar Drifts hier um die Kurven. Kein Problem. Das Auto erinnert mich ein bisschen an die Karre aus Driver. Weiß nicht warum, aber irgendwie... Muss ich da sofort dran denken. Der Typ sitzt halt immer noch drin. Der nervt mich schon die ganze Zeit mit seinem blöden Umgeblerre. Dann steig doch einfach aus, wenn's dir nicht passt. Hat sich ja keiner gezwungen, um zu fahren. Jetzt ist er gleich am Anfang auch noch steigen können. Ah, da ist er. Oha, schmeiß doch nicht links raus. Bist du doof? Jawoll. Er kann sich halt echt nur links aus dem Fenster schmeißen. Ist doch so dämlich, ey. Ja, ich glaub, der Flug wurde gestrichen. Alter, ich hab nen Platten. Natürlich haben sie mir den hinten geschossen, die Säcke. Alter. So nahe Karre komm ich nicht weit. Alter, ich bin ja fast down. Oha, das seh ich jetzt erst. Warum sagt mir das denn keiner, dass ich fast down bin? Eigentlich dürften die mich schon... Die dürften mich schon gar nicht mehr sehen. So sieht's schon mal aus, ja. Okay, da fahr ich jetzt nicht lang. Ja, die haben mich schon wieder längs gesehen. Ach, jetzt hab ich bloß noch zwei Sterne. Ja, das ist schön. Ich brauch trotzdem ein neues Auto. Oha, scheiße, jetzt kann ich ja nicht mal mehr auf dem Parkplatz fahren, weil die Bullen schon da unten sind. Ach, da geht's hier wieder zum Flughafen rein. Scheiße. Oh, fucking Auto. Okay, jetzt kann ich nicht mehr aufsteigen. Jetzt hat's dich schon erübricht. Jetzt muss ich mit der Karren kommen. Oha. Die hat hinten die drauf und den nächsten Platten. Beide Hinterreifen platz. Sehr schön. Ihr kriegt mich niemals. So schnell wie ich mit der Karre fahre, habt ihr keine Chance, mich einzuholen. Ja, aber die Karre fährt sich gar nicht mal so schlecht ohne Reise. Jawohl, wir haben's geschafft. Sehr schön. Dann mach ich jetzt an der Stelle den Schnitt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao.